. So Leute, es ist gerade ein Windschlepp. Ah ja. Deltausgassierer, können wir jetzt über die Bahn zum Startpunkt 09? Wenn das gut so mit dem Seil vorbei ist, ja. Ah, ist ja weg. So, Fisfrequenz 129.8.5. Alles gut aus. Pumpe ein. Anscheinend. Alles klar. Deltausgassierer, abflugbereit auf der 09. Ausgassierer nach Eignemösen, Windaus 120 mit 1.5 Knoten. Okay, also. Wir kommen von rechts. Ah, ein bisschen von rechts, genau. So. Wehrzahl, Leistung passt. Drücke auch grün. Und noch vor der Halbbahn. In der Luft. Langeninformation von der D-Eco Kilo Oskar Sierra, guten Morgen. D-Eco Kilo Oskar Sierra, Langen, hallo. D-Eco Kilo Oskar Sierra, VfR-Flug von Melle Grönigau nach Zell am See. Lima Oskar Whisky Sulu. Position 3 Meilen südlich Mopsa in 2200 Fuß. eine ACMILA 210. Da bitte Verkehrsinformationen. Und können Sie bitte unseren Flugplan eröffnen. D-Eco Kilo Oskar Sierra, sehr gerne. Flugplan mache ich auf. Wann war die Startzeit? Startzeit war 00. Verstanden, mache ich. D-Eco Kilo Oskar Sierra, Radarkontakt. Coax 7742, QNH 1019. Coax 7742, QNH 1019. D-Eco Kilo Oskar Sierra. Auf Airverkehr, 011-15 Uhr Position 4 Meilenkreuz von links nach rechts 2100 Fuß. Dich bestätigt. DSP,Wäder aufehl. Links nach rechts, Kilo Oskar Sierra,аうん Esc of Airverkehr. Qui 안vic 951 fighting march 7000,6M przed quark 453. Lassung. G453 kommt. Das ist ein Sägeflieger. Ja. Der ist eine von dem Luftraum Czadi. Okay. Okay. So. Schauen wir mal nach dem Wetter in Czell. Salzburg, Czell. Visibility über 10km, Sky Clear. Sprecher 1022 Wind 070 4 Knoten. Das geht ja. Was haben die für Bahnen? 0826. Langinformation, Delta Ecolima aus St. Sierra. Ja, dann wird sie 08. Delta Ecolima aus St. Sierra von der Delta Ecolima aus St. Sierra. 5 Minuten vor örtlichen Oberndorf. Bitte verlassen die Frequenz. Delta Ecolima aus St. Sierra. Delta Ecolima aus St. Sierra. Squawk VfR. Gute Landung. Tschüss. Squawk VfR. Delta Ecolima aus St. Sierra. Danke und Tschüss. Das geht ja. Send it up. Send it up. Schuchzoll. Delta Ecolima aus St. Sierra. Aquilad 210. VfR. Flight from Melle. Delta Ecolima aus St. Sierra. To Zellarmsee. Position. 0.5 miles. Same level. 5600 feet. Bequest traffic information. VfR PC. Torn Apache. H csice. 10.10. 10.10. 10.10. Kilo aus St. Sierra. So weit ist es hier auch besser, die Kartendarstellung in den Alten, nicht auf Nordausrichtung, sondern Steuer-Kursausrichtung. Dann ist die Sache doch klar. Ich mach's mal so. Ich mach's mal so. Okay. So, ich denke, man kann jetzt hier reinfliegen, ne? Ja, jetzt um diesen Hügel herum, ne? So, warte mal, wir haben noch 12 Minuten, wo ist denn der nördliche Meldepunkt? Dort, ja, okay. Wenn wir in das Tal einbiegen, könnt ihr die schon mal auf Monitor stellen, ne, in Zell, 119, 705. Monitor, was hören. So, einmal den Tank wechseln. 31, wir machen, dann machen wir es wieder sauber, ne? Restricted Area. Rechts, äh, links, muss ein bisschen weiter rechts fliegen. Da ist eine. Ich weiß nicht, ob die aktiv ist, aber... Ja, wenn man nicht früh fliegt. Die ist eigentlich nicht aktiv, sondern bei Not-M, aber... vielleicht. Das war die Delta-Eco-Kilo aus Gascera, 5 minutes north-east auf Zellernsee, request to leave the frequency. Delta-Eco aus Gascera, 5 Minuten nördlich November, zur Landung. Das war die Delta-Eco-Kilo aus Gascera, 5 Minuten nördlich November, zur Landung. Delta-Eco-Eco rollt auf die 08, start. Okay. 08, haben wir gehört. Ja, das ist klar, der Weg hier. Dessert-Eco-Kilo aus Gascera, über November in 4.000 Fuß. Verkehr in Sicht. So, bis wo müssen wir jetzt 4.000 halten? Ja, bis Lake. Und die Delta-Tango-Eco ist so ungefähr 2 Minuten inbound November und bleibt in 3.500 Fuß. Ja. Da. 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 FNC, geht in den Queranflug 08. Zugpürst. So. So langsam. Jo. Osterabstand gut. Flugplatz, Oskar, Akaquilla, Oskar, Charlie Oskar, Charlie, Renault, Queen H Gasa, Vorwärmung, Zichter D-Wisky-Volks, muss der Tank noch oder nur packen? Ja, nur packen. Ja, gehen wir vom Flum in der Wiese. Okay, machen wir. Oskar 76, holt zur Tankstelle. Die D-Golf Tango Mike ist abflugbereit am Rollhalt 08 und ich warte die zweite Maschine noch ab. Gasa, Vorwärmung. Wiesky-Volks, nach links in die Wiese bitte. Okay, gerne in die Wiese. Und in die Reihestellung, ja? Mal. Grizz. Mal. Mal. Mal, Mal. 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 Das war's für heute. 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 So, was ist jetzt mit Uhrzeit? Jetzt können wir Tankwechsel. Hinter uns ist ein Flugplatz. ... ... ... ... Geblatt. Gewünscht. Wien Information, D-ECO, KC, 5 minutes north of WCAN, request to contact FADOA. D-ECO, KC, roger, 126425, servus. 126425, D-ECO, bye bye. Ja. Deswegen was? Kilo. 8WF unter uns. Ja, das ist der da vorne am Hang. Da war noch so ein Gleitschirm. Kann eigentlich kein Kilo sein, aber... sieht aus wie ein Gleitschirm. FADOA Information, D-ECO, Kilo aus der Sierra. FADOA Information, D-ECO, Kilo aus der Sierra. D-ECO, Kilo aus der Sierra, FADOA. D-ECO, Kilo aus der Sierra, can you read me? D-ECO, Kilo aus der Sierra. 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 Romeo, Charlie Hotel, ist das VOA. Dasкретisch. D-ECO, Kilo aus der Sierra. Cabo 14, 2. Eilen, üben, eine Messe. FADO-CEN, FADOA RYAN, einrheinz Maul. Warte mal, hier ist einer im Traffic, 100 unter uns, oh da, oh scheiße, haben wir es gesehen? Hat er natürlich gar nicht gewarnt. Delta war es auch. Padova. Was war nah, ne? Warte mal. Padova information, Delta Echo Kilo, Oskar Sierra, request to cross E, Airspace D, ahead, flight level 75. Station calling, second call sign. Delta Echo Kilo, Oskar Sierra, request to cross Airspace D, ahead in, flight level 75. Delta Echo Kilo, Oskar Sierra, Padova, Roger, contact Padova radar on 119, decimal 175, ciao. Padova radar, Delta Echo Kilo, Oskar Sierra. Delta Echo Kilo, Oskar Sierra, good morning, go ahead. Request to cross Airspace D, inbound, Romeo, Charlie, Hotel, VOR, and continue along the coast in flight level 75. Delta Echo Kilo, Oskar Sierra, squawk IDENT, and proceed looping, then Romeo, Charlie, element in flight level 75. Delta Echo Kilo, Oskar Sierra, squawk IDENT, and turning southbound, inbound, Romeo, Charlie, Hotel, flight level 75. Flight level 75, squawk IDENT. Delta ECOKILOSCASIERA, RIPER CONTENT. Da ist das Meer. Wo schlägt das? Die Alpen, vorne das Meer. Delta ECOKILOSCASIERA, VIKI POINT, will be our... our crossing point, Papa Papa ECO1. Roger, Delta ECOKILOSCASIERA, and which altitude do you wish to cross VIKI? Ja, VIKI is here. We would like to cross VIKI in flight level 55. Roger. Ja. Dann kann man schon ein bisschen sinken, oder mehr. So. 5500 hos. Dann haben wir wieder Pete. Weil der hat uns einen FNH gegeben. Ja. Delta ECOKILOSCASIERA, COUNTED PORTO ROSE APPROACH 124.880. 124.880, Delta ECOKILOSCASIERA, bye bye. Okay. So. DELTA ECOKILOSCASIERA, PORTO ROSE, good day. Good day, DELTA ECOKILOSCASIERA. DELTA ECOKILOSCASIERA, we are two minutes north of Papa Papa ECO1, VIKI in 5500 feet. Request to cross the airspace to via Papa Whisky1. DELTA OSCARS, SIERA QNH1021, report Papa Whisky1. DELTA ECOKILOSCASIERA. DELTA ECOKILOSCASIERA. DELTA OSCARSIERA, CONTACT PULARADAR 127.675. 127.675. 127.675 for PULAR, DELTA ECOKILOSCASIERA. 127.675. DELTA ECOKILOSCASIERA, PULARADAR, good afternoon identified, QNH1021. QNH1021 and request descend 1500 feet. DELTA ECOKILOSCASIERA, stand by for descent, we'll call you back shortly. DELTA ECOKILOSCASIERA, descend to 1500 feet. DELTA ECOKILOSCASIERA, descending 1500 feet. 13.2.3. QNH1021, confirm information Romeo on first contact. DELTA ECOKILOSCASIERA, DELTA ECOKILOSCASIERA. Wind, runway 27, 27, 0 degrees, 9 or not. Kommen wir dann rein, auch über Whisky 4, Whisky 5 und dann müssen wir gucken, ob wir nördlich dann ins Base gehen können, so Right Base machen, wahrscheinlich. Hier Right Base einstellen. 27, Right Hand Base, 0. Sieht ja stark aus. Nicht gut. Und auf dem Flugzeug in der Luft? Dort ist auch ein Flugplatz. Platzrunde, aber wir sind nicht in der Aerodrome Traffic Zone, die geht bis 1000 Fuß. Darüber ist dieser Luftraum Delta hier. Sieht schon cool aus hier. Andere Welt? Ja. Ja. Die sind schon gleich beim Whisky. Ja. Die fahren wir nach. Polar Radar, request to switch to Polar Tower from Delta Ecopilot aus Cacera. Ja. Ja. Polar Tower, Delta Ecopilot aus Cacera. Delta Ecopilot aus Cacera, Polar Tower, QNH 1021, Ramenius 27, join Right Hand Downwind 27. Ja. Joining Right Hand Downwind runway 27, Delta Ecopilot aus Cacera, QNH 1021. Okay, leichter geht's nicht. Nee. Ja. 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 Pumpe, Scheinwerfer. Tank ist geswitcht für passt, 275 ft ist die Runway. Ja. Ja. Klingeln aus Cacera, ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Militär Alliance, runway 27, Delta, ECO, Kilo, Flasera. Nicht zu weit fliegen, da ist noch ein militärer Korridor. Ja. 1000 Fuß. Ja, da werde ich vorher abbiegen. Ja. Und dann zurück. Wir können hier schon abrollen. DELTA aus CERA, Vakating via DELTA, follow Marshaler. DELTA aus CERA, Vakating via DELTA and following the Marshaler. DELTA aus CERA, Vakating via DELTA, Vakating via DELTA. DELTA aus CERA, Vakating via DELTA. DELTA aus CERA, Vakating via DELTA. DELTA aus CERA, Roger, and the Marshaler is waiting for you at FK. We can see the Marshaler at FK, DELTA aus CERA, Vakating via DELTA. Ochsetrotte, das ist noch... Untertitelung des ZDF, 2020